Die One-Man-Show heißt das ganze Ding und ich bin da irgendwie wieder so reingeraten, weil ich einfach gefragt wurde, könntest du was erzählen, weil du hast ja irgendwie dein gesamtes Leben in den letzten drei Jahren einmal über den Haufen geworfen. Und die Story erzähle ich und dann geht es ein bisschen rund ums Thema Positionierung. Ich hoffe, es wird einigermaßen unterhaltsam. Also was ihr bekommt, ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Geschichte, wie ich von der One-Man-Show zur kleinen Agentur wurde, dann die Agentur aufgegeben habe, mich an einer großen Agentur beteiligt habe und jetzt wieder die One-Man-Show bin. Ich versuche so ein bisschen zu klären, was könnte eventuell momentan gefragter sein. Also ist es die Agentur, die alles anbietet oder sind es vielleicht Spezialisten, Freelancer, Freelancerin und was hat die richtige Positionierung in dem Falle damit zu tun und was ich mit Positionierung meine, wird dann glaube ich auch nochmal ein bisschen klarer. Und ich würde euch am Ende vier Fragen, drei, vier Fragen mitbringen, die euch helfen, eure Positionierung nochmal vielleicht so ein bisschen stärker zu gewichten, zu schärfen, was durchaus Sinn macht als Freelancer genauso als Agentur. Was ihr nicht bekommt, eine rührende Geschichte von einem veramten Mann. Ich habe gestern beim Bier im Brauhaus, haben alle gesagt, ach du hast, das tut mir so leid und so. Also muss ich immer sagen, nein, ist nicht so schlimm. Ich kenne mir vor wie auf meine eigenen Beerdigungen quasi. Mir geht es aber gut und deswegen machen wir das nicht. Und ich werde auch die Agentur, über die wir sprechen, an der ich immer noch nach wie vor beteiligt bin, nicht bashen, weil, dass ich nach zwei Jahren wieder da rausgegangen bin, hat eher was mit mir zu tun, aber das erzähle ich euch gleich. Und was ihr auch nicht bekommt, sind Joomla-Tipps und Tricks. Also das tut mir leid. Okay, was habe ich bisher so angestellt? Vielleicht, wer hat schon mal einen Vortrag von mir gehört? Oh, okay, und ihr seid trotzdem nochmal gekommen. Schön, das freut mich. Wer arbeitet in einer Agentur? Okay, Hälfte etwa. Wer ist Freelancer? Okay. Wer zeigt generell nie auf? Ja, sehr gut. Okay. Also, was habe ich bisher angestellt? Ich habe 1999 irgendwann Abitur gemacht und damals musste man dann doch zur Bundeswehr, das habe ich auch gemacht, im gleichen Jahr direkt, irgendwie eine Woche nach dem Abi-Ball hat man mir dann ein Gewehr in die Hand gedrückt. Wer mich heute kennt, kann sich das kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die das tun. Aber damals war ich auch noch ein bisschen seriöser. 2000 habe ich dann eine erste Firma gegründet, quasi aus dem Grundwehrdienst rausgepurzelt, schon eine Agentur gegründet. Damals haben wir aber so verrückte Dinge gemacht wie CD-ROMs und DVDs, weil das mit dem Internet war noch eine unsichere Geschichte. Das hätte auch wieder weggehen können, beziehungsweise hätte ja auch sein können, dass man das vielleicht gar nicht braucht. Und 2004, also die Firma habe ich dann auch tatsächlich verkauft. Und 2004 habe ich dann gesagt, ich mache mich wieder selbstständig, damals auch wirklich als One-Man-Show mit Buster Media. Das haben wir alles gemacht, was man so als Internet- und Marketingagentur machen kann. Und das Ganze habe ich nach 16 Jahren dann einfach aufgegeben. Und zwar ist das folgendermaßen passiert. Ich war auf einer Konferenz in Hamburg und habe einen langjährigen Geschäftskollegen und Partner getroffen. Der hatte damals schon die NECOM-Werbeagentur. Ein Riesenladen, 50 Leute, haben alles Mögliche gemacht von Radiospots, Fernsehwerbung, klassische Werbung, Print und eben auch ein bisschen digital. Und ich hatte damals ein paar Kunden aus dem Versicherungsbankensektor, die gesagt haben, Mensch, wenn du jetzt auch noch Print machen würdest, wäre es cool und ich brauche eigentlich auch noch Radiowerbung. Und das habe ich dem Kollegen, dem Daniel, damals erzählt auf der Konferenz. Und wir haben zwei Konferenztage zusammen dann verbracht und haben dann wirklich ein halbes Jahr lang immer mal wieder so lose uns ausgetauscht und sind dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja die Firma einfach auflösen, meine Mitarbeiter, damals waren das fünf Leute, mit in die Werbeagentur einbringen, bekommen ein paar Anteile und bringen auch alle Kunden mit. Zu dem Zeitpunkt klang das nach einer ganz sinnvollen Geschichte. Ich war gerade irgendwie 40 geworden und habe mich auch gefragt, machst du das jetzt irgendwie dein Leben lang so weiter? Du müsstest eigentlich größer werden oder kleiner, aber so mit fünf Leuten ist immer eine undankbare Größe. Es ist nicht zu groß, aber es ist auch irgendwie nicht klein genug. Also da stand ich also an dem Punkt, entweder musst du jetzt mit der eigenen Firma was verändern oder du nimmst dieses Angebot an. Das habe ich dann auch gemacht und bin Ende 2020 dann mit einem Jahr Vorlauf alle Kunden angeschrieben, habe gesagt, hier, wir machen den Laden am 31.12. dicht, ihr könnt aber mitkommen, wenn ihr Bock habt. Und die meisten haben das gemacht, die Mitarbeiter sind auch mitgenommen worden und bin dann aber zwei Jahre da tatsächlich als Angestellter im Management, wenn man so möchte, gewesen, hatte auch Prokura, war kurz davor, da Geschäftsführer zu werden. Aber irgendwie hat mich das nicht so richtig gekickt. Das lag nicht an der Agentur selber, sondern es lag an der Struktur. Wenn du mal 50 Leute unter einen Hut bringen musst, dann dauert alles einfach zehnmal so lang. Du musst fünf Leute fragen für Entscheidungen. Ich habe das im April 2020, bin ich da eingestiegen, habe das Projektmanagement übernommen. Das waren zwölf Kolleginnen und Kollegen im Projektmanagement-Team. Und alleine die Meetings haben da teilweise drei Stunden gebraucht, bis wir alle Kunden und alle Mitarbeiter einmal gehört hatten, waren drei Stunden weg. Die Hälfte des Tages hast du eigentlich dich selber verwaltet, dich mit dir selbst beschäftigt. Außerdem bin ich immer der Typ, wenn ich morgens aufwache und denke mir irgendein Produkt aus, dann will ich das zwei Tage später eigentlich auch schon umgesetzt haben. Und das kannst du da halt auch vergessen. Du musst immer zehn Leute fragen, dann dreht das nochmal drei Runden. Und das war mir irgendwie alles zu langsam. Und deswegen habe ich mich dann im Mai diesen Jahres entschieden, da auszusteigen. Bin nach wie vor als Gesellschafter mit drin. Bin auch immer noch am Umsatz beteiligt und so weiter. Aber bin operativ daraus. Ich habe auch da wieder so eine Schnellschutzaktion gemacht. Um neun Uhr wusste ich noch nicht, dass ich um elf Uhr kündige. Aber kann man ja mal machen. Habe ich ein ganz leeres Auge geguckt. Ich hatte fünf Management-Kollegen. Die sagten, was ist denn jetzt los? Ich habe keinen Bock mehr. Was ich dann machen sollte, wusste ich nicht. Ich hatte aber da irgendwie schon einen Online-Kurs mal besucht zum Thema Positionierung. Dachte, Werbeagentur, Internetagentur kannst du machen. Positionierungsagentur ist aber eigentlich ganz cool, weil das macht kaum einer. Und jetzt kommt ein halbstündiger Vortrag, was eine Positionierungsagentur macht. Und ja, da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Also warum habe ich das gemacht oder warum habe ich das auch nicht bereut? Ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt. Wir hatten unter anderem Kunden wie Renault. Wenn du einfach mal mit ein paar Millionen Werbebudget rumhantieren kannst, dann lernst du halt Sachen, die hätte ich bei meiner alten Agentur nie gelernt, weil wir nicht diese Kunden hatten. Ich habe ganz viel über Print-Geschichten gelernt. Sachen, die ich nie lernen wollte. Aber heute weiß ich halt auch, was eine Beschnittmarke ist und sonstige Geschichten. Ich weiß, wie man einen Radiospot aufnimmt. Das brauche ich wahrscheinlich nie wieder. Aber ich habe eben auch ganz viele Leute kennengelernt. Und deswegen bereue ich es nicht. Und ich habe mich tatsächlich eben gegen die Arbeit als Angestellter entschieden. Und als Angestellter in einer Agentur. Warum? Weil ich zum einen diese Freiheit gut finde. Ich meine, wir wissen es alle. Egal, ob wir in einer Agentur arbeiten oder als Freelancer. Du bist natürlich immer von Kunden getrieben. Du musst gucken, dass du Deadlines hältst und so weiter. Also Freiheit ist immer relativ. Aber im Moment kann ich mir halt heute einfach frei nehmen und auf dem Joomla Day sprechen. Das wäre in der Agentur wahrscheinlich schwierig geworden. Dann bist du schneller. Du kannst wirklich schnell Entscheidungen treffen. Du kannst Dinge umwerfen. Du kannst auch viele Dummheiten machen. Auch das habe ich durchaus vermisst. Weil wenn du 50 Leute angestellt hast und weißt, die müssen abends das Essen auf den Tisch bringen. Da sitzen zwei Kinder und die Miete muss reinkommen. Dann kannst du dir halt auch nicht allzu viel Spiränzchen erlauben, weil du einfach völlig andere Verpflichtungen hast. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn dich das nicht kickt, dann musst du auch da Position beziehen und sagen, da bist du jetzt einfach raus. Meine Freundin hat mich ganz merkwürdig angeguckt und sagte, wieso machst du das? Meine Eltern fanden das irgendwie mit Anfang 70 auch irgendwie beunruhigend. Jetzt ist der Junge schon wieder irgendwie auf der Straße. Ja, aber so ist das halt. Jetzt kommen wir mal zum Vortrag. Agentur versus One-Man-Show. Ich habe also beide Seiten erlebt. Was ist erfolgreicher oder gefragter? Wer würde sagen, von euch den Freelancern gehört die Zukunft? Einmal aufzeigen, bitte. Vier, fünf, okay. Realistisch. Also wer glaubt, dass künftig immer mehr Agenturen dicht machen werden und es eher Richtung kleine Spezialisten, die vernetzt sind, gehen wird? Okay, jetzt zeigen schon acht auf. Wer glaubt, dass Agenturen das große Nonplusultra sind? Okay, was glauben die anderen? Ich würde sogar sagen, und jetzt kommt der große Cliffhanger und die große Enttäuschung, es ist scheißegal. Also ich glaube, es ist völlig egal. Die Zeiten, wo du an große Kunden und große Etats nicht rankommen konntest als Freelancer sind meiner Meinung nach vorbei. Wenn du gut vernetzt bist, wenn du dich gut verkaufen kannst und wenn du gut positioniert bist, kannst du auch als One-Man-Show oder in einem Netzwerk große Aufträge bekommen. Also ich sage mal, alles jenseits der 20.000, 30.000 Euro ist durchaus auch für einen Freelancer machbar. Wenn es dann um vielleicht 100.000 bis 500.000 Euro Projekte geht, wird es vielleicht etwas schwieriger. Aber die Vergangenheit hat mir gezeigt, dass gerade als wir in der Necom unterwegs waren, da hatten wir so um die drei bis fünf Millionen Jahresumsatz, dass die richtig großen Kunden eigentlich immer mit einem Sammelsurium an Freelancern noch zu uns kamen. Das heißt, die wollten die Agentur für das Allgemeine, für die generalistischen Arbeiten, aber sind eigentlich mit ihrem Püngel an Freelancern schon bei uns aufgeschlagen. Das heißt, die hatten alle, die großen Agenturen, die großen Kunden hatten alle ihre Agenturen und ihre Freelancer mit an Bord. Und wenn wir es da mit Freelancern zu tun hatten, waren es immer Spezialisten. Also es ging dann so weit, dass wir tatsächlich jemanden hatten, der nur Video-SEO gemacht hat für Renault. Der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als YouTube-Videos zu optimieren für die Suchmaschinen. Wenn man den gefragt hätte, wie kannst du eine Joomla-Seite oder eine Webseite im Allgemeinen Suchmaschinen optimieren, hätte er vielleicht auch noch drei Sätze sagen können, hatte er aber schon fünf Jahre lang nicht mehr gemacht. Und das ist natürlich eine richtig krasse Spezialisierung, wenn du sagst, ich mache nur noch SEO für Video. Tut weh wahrscheinlich in den ersten Monaten und vielleicht auch im ersten Jahr. Aber du wirst irgendwann wahrscheinlich rumgereicht, als der SEO-Mensch, der Video macht. Und unsere normalen SEOs, die wir als Freelancer reingeholt haben, hatten auch schon immer einen ganz guten Stundensatz. So 120, 130 Euro wurden da teilweise aufgerufen. Was ich für einen Freelancer vollkommen okay finde, also finde ich eigentlich schon ein ganz gutes Gehalt. Dieser Videotyp hat aber 240 Euro verlangt, die Stunde. Und das wurde ohne mit der Wimper zu zucken bezahlt, weil der halt das konnte, was kein anderer konnte. Das heißt, auf die richtige Positionierung kommt es eigentlich an. Das kennt ihr aus dem Urlaub. Wenn du die richtige Sonnenliege hast, dann scheint dir einfach die Sonne ins Gesicht. Wenn du in dritter Reihe im Schatten liegst, dann ist das halt kacke. Und richtige Positionierung. Ich finde das ganz spannend. Wir sind ja in Bad Hersfeld. Ich bin gestern hier einmal durch die Innenstadt zehn Friseure gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Deutschland ist das ja so, dass man als Friseur immer irgendeinen coolen Namen braucht. Das ist aber eigentlich keine Positionierung. Also das meine ich nicht. Ich habe euch trotzdem was Lustiges mitgebracht. Ich bin mal gespannt, ob das über die Boxen kommt oder ob uns gleich die Ohren wegfliegen. Aber ich glaube, das kommt nur hier über den Laptop. Eine junge Friseurin, die sich überlegt, wie sie ihren Salon nennen soll. Viel Spaß damit. Ich mache auf jeden Fall irgendeinen richtig coolen Wort. Ich erzähle uns ein Fön-Phoenix. Phönomenal. Boah, ja, das ist wirklich Phönomenal. Vielleicht auch ein frechen Wort, wenn es her-her-ruin. Ja, Mann. Oder hier rein spazieren. Herrlich. Seht her. Oder Herzenssache. Ja, Mann. Oh, ich habe noch ältere Kunden. Ich glaube, die können kein E-Mail mehr. Ich spreche lieber was mit Haaren. Hart, aber herzlich. Ja, Mann. Oder Haar-Lunke. Oder Haarendrang. Oder Liebhaber. Oh mein Gott, das wird im Winter gefallen. Ich hätte lieber ein bisschen die Klassiker sein. Wie wäre es mit der Frau Bibi oder Kaiserschnitt? Obwohl, da ist Verwechslungsgefahr. Also klar, wir haben bei uns auch Scheren, aber ich habe jetzt noch nie einen Kaiserschnitt gemacht. Also zumindest nicht nüchtern. Oder ich möchte ihn einfach nach mir, Maria, Klara, Haare machen. Oder ich möchte ihn einfach Salome, Petra. Ich weiß zwar nicht, Petra, aber ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Ja, Mann. Das ist alles. Das meine ich nicht mit Positionierung. Übrigens, es gibt tatsächlich in Bad Hersfeld, gibt es das Bad Hersfeld als Friseur. Also es ist kein Witz. Es ist Bad Hersfeld. Das meine ich nicht. Aber was bei mir in Köln, sagt man Vädel, also im Viertel, vor fünf, sechs Jahren aufgetaucht ist, war plötzlich sowas wie ein Barbershop. Ich weiß nicht, ob es das in Bad Hersfeld schon gibt, aber in Köln gibt es davon jetzt inzwischen 20, glaube ich. Ziemlich smart die Idee. Du sagst einfach, ich mache nur noch Männerhaarschnitte, aber zum doppelten Preis. Weil es gibt bei mir noch einen Whisky. Ich glaube, in einem von den Läden kann man bei uns sogar Zigarre rauchen. Das ist jetzt eine geile Idee, einen Polyesterumhang anzuziehen und eine Zigarre zu rauchen. Weiß ich nicht. Wenn dann auch noch ein bisschen mit Haarspray und so. Kann spannend werden. Aber du kannst einfach doppelt so viel Geld verlangen für einen normalen Haarschnitt. Das ist doch geil. Und du kannst auch noch Whisky saufen während der Arbeit. Also mega. Das ist Positionierung. Zu sagen, ich mache etwas, was alle anderen machen, ich mache es aber anders und ich verkaufe es anders. Bodo Schäfer hat mal gesagt, gute Positionierung ist, wir tun, was wir lieben, für Menschen, die lieben, was wir tun. Und da steckt ganz, ganz viel drin, weil das ist zum einen die Liebe zu dem, was ihr selber dann macht, aber eben auch für Menschen, die das wertschätzen und das wissen. Ich sage mal, wir sind alle hier wahrscheinlich, ihr seid das mehr als ich, Joomla-Experten auf eurem Gebiet. Ihr könnt programmieren und so weiter, aber so richtig uns beigebracht, wie wir uns selber vermarkten oder wie man sich optimal positioniert, bringt einem fast keiner bei. Ich vergleiche das immer mal mit so einem Geburtstagsgeschenk. Also das, was ihr alle könnt, das Fachwissen, das Know-how, die Leistungen, die ihr anbieten könnt, ist das, was ihr im Geschenk eigentlich drin habt. Die Vermarktung, die Kommunikation außenrum ist das Geschenkpapier. Was bei dem Geburtstagsgeschenk aber noch der ganz, ganz wichtige Faktor ist, wenn ich euch jetzt so ein Geburtstagsgeschenk geben würde und sage, da ist ein paar Socken drin. Geht mal durch Bad Hersfeld und beschenkt ein Geburtstagskind. Dann wird es schwierig, weil ihr müsst ganz viele Leute erstmal ansprechen, ob die Bock auf Socken haben. Wenn die Bock auf Socken haben, müssten sie an dem Tag auch noch Geburtstag haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau den dann trefft an dem Tag, ist unglaublich schwierig. Die meisten versuchen aber so Marketing zu machen. Das heißt, sie haben eine Leistung, verpacken sie schön, wissen aber eigentlich nicht, wer das gegenüber ist. Wer soll das am Ende kaufen? Und das ist letztendlich der Punkt, der Positionierung auch ausmacht. Sich nicht nur selber mit den eigenen Leistungen zu beschäftigen, sondern auch zu überlegen, gibt es jemanden, der das brauchen könnte? Es ist so ein Dreiklang aus Können, Sollen und Wollen. Fangen wir mal mit Können an. Können ist im Grunde genommen das, was ihr könnt, was euch Spaß macht, was euch leicht fällt. Das kann Joomla Extensions entwickeln sein, das kann Design sein, das kann SEO sein, was auch immer. In der Regel könnt ihr hier alle in irgendeiner Form mehr oder weniger mit Joomla umgehen, aber jeder wird so sein Fachgebiet haben, was ihm vielleicht besonders leicht fällt und besonders viel Spaß macht und wo man dann automatisch natürlich auch mehr Wissen aufbaut. Das ist der erste Punkt. Das muss man sich einmal überlegen. Was kann ich wirklich gut? Und zweiter Punkt, was will ich auch anbieten? Denn wenn Können und Wollen sich da überschneiden, an der Stelle ist es meistens genau die Dienstleistung, die euch leicht fällt, die ihr gut könnt und wo ihr auch durchaus mal zwölf, dreizehn Stunden am Tag arbeiten könnt, ohne dass ihr euch das auspowert. Ich habe zwei Patenkindern, die sind zehn Jahre alt. Ich war letzte Woche mit denen im Disneyland Paris und habe gemerkt, wie alt ich bin. Am zweiten Tag hat mir alles weh, ich konnte mich nicht mehr bewegen und die waren halt immer noch auf 180. Und wenn ich denen zugucke, die können 16, 17 Stunden am Tag können die mit Lego spielen. Da hörst du nicht, ich muss mich jetzt erst mal hinlegen, ich muss mich erholen. Nein, die haben Bock auf das und so sollte eigentlich auch ein Job sein. Seit ich im Mai gekündigt habe, habe ich keinen Tag mehr wirklich gearbeitet, weil ich eigentlich genau das mache, was mir Spaß macht. Und dann kommt noch der dritte Punkt und das ist halt das Schwierige. Soll ich das machen? Soll ich eine Agentur aufbauen, die sich mit Positionierung beschäftigt? Ich kann das, ich will das, aber ich muss natürlich irgendwen finden, der mir dafür auch noch Geld gibt. Und das ist der Punkt Sollen. Also macht das wirklich Sinn, das zu tun? Und an dem Punkt scheitern die meisten und machen dann doch wieder den Bauchladen auf und sagen, ich biete auch noch das an und das und das, weil man will ja auch keinen Kunden einfach weggehen lassen und sagen, nee, das ist nicht mein Kerngeschäft, geh bitte zum Mitbewerber. Hätte aber den großen Vorteil, wenn man das tatsächlich durchziehen würde, dass hier überall einzelne Experten und Experten sitzen, die sich miteinander vernetzen können und jeder hat seinen Fachbereich. Und genau in diesem Spot in der Mitte ist eigentlich dieses kleine Feld, wo jeder sich positionieren kann und wo jeder auch seine Leidenschaft und sein Geld dann eben auch machen kann. Die wenigsten beschäftigen sich aber wirklich mit dem Thema, wer sind die Leute, die das bei mir kaufen sollen? Wer hat von euch für seine Unternehmung, seine Freelancer-Tätigkeit in der Agentur mal eine Persona aufgestellt? Also wer weiß genau, ja, drei, vier, fünf, okay, weil die meisten, wenn ich zu Kunden hingehe und sage, wer sind denn ihre Zielkunden, wen hätten sie denn gerne? Dann kommt sowas wie das hier. Also unsere Zielkunden sind eigentlich weiblich, die Zielkundin ist in der Regel älter als 50 Jahre, ist selbstständig, an Kunst interessiert, hat natürlich, weil die wollen wir ja haben, viel Geld und ist erfolgreich. Spricht gerne vor Leuten, ist rhetorisch superversiert, lebt so im Großraum von Berlin und hat eigentlich nie Zeit für Familie, weil der Beruf schon seit Jahren im Mittelpunkt steht. Habt ihr so eine grobe Idee, wie diese Person ausschauen könnte? Wie bitte? Hier. Stefan, Wahnsinn, Angela Merkel. Es könnte aber auch Sinni aus Marzahn sein. Ja, passt genau. Ja, ich habe extra gegoogelt. Also irgendwo unter der Schminke sind Teile über 50. Genau. So, aber jetzt glaubt ihr ja nicht, dass Angela Merkel den gleichen Friseur hat wie Sinni aus Marzahn. Das Schlimme ist ja, Sinni aus Marzahn gibt es ja dann noch nicht mal. Aber sie würde trotzdem in dieses Profil passen. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen länger mit beschäftigen. Wen will ich erreichen und was können die Menschen dann von mir bekommen? Wenn ihr das aber gefunden habt, dann seid ihr eigentlich richtig gut positioniert und dann könnt ihr, und das erlebe ich bei allen Kunden, die ich jetzt bisher begleitet habe, plötzlich die Preise auch hochsetzen. Weil ihr schneller seid, weil ihr Dinge auch immer wieder tut. Das muss man natürlich auch mögen. Also es ist dann durchaus auch so, dass man immer die gleichen Dinge mit vergleichbaren Menschen oder mit vergleichbaren anderen Firmen tut. Aber man wird dadurch natürlich auch immer, 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 immer besser. Und dafür kann man auch immer mehr Geld verlangen. Das fängt damit an, ich habe bei Joomla, habe ich drei, vier Jahre Joomla-Seiten gebaut, bis ich auf die Idee kam, ich könnte mir einfach mal eine Instanz bauen, die ich mir mit Akiba Backup immer wieder als Vorlage nehme. So, das kannst du aber, wenn du einen ganz kleinen Bereich abdeckst, hast du deine Vorlagen, hast du deine Tools, machst nur noch die Schublade auf und hast schon zehn Lösungen für das jeweilige Problem. Und deswegen ist Positionierung eigentlich so wichtig. Ich habe jetzt diese vier Fragen mal mitgebracht. Also im Grunde genommen müsst ihr euch wirklich fragen, was kann ich richtig gut und was mache ich besonders gerne? Und da ist es völlig egal, ob ihr als Agentur unterwegs seid oder als Freelancer. Als Freelancer ist es sogar noch wichtiger, sich spitze zu positionieren, meiner Meinung nach. Dann löse ich mit dem, was ich da tue, ein Problem, für dessen Lösung Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen. Weil sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. Sonst ist es halt ein Hobby, aber kein Beruf. Dritte Frage, was macht mich einzigartig? Also was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wieso sollten die Leute zu mir kommen und nicht zur nächsten Mitbewerber oder Mitbewerberin? Und dann, was ist daran spannend? Welche Geschichte steckt dahinter? Warum machst du das, was du da machst? Bei mir ist es jetzt die Positionierung geworden, weil ich tatsächlich in der Agentur gemerkt habe, dass wir ein riesen Bauchladen sind. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber wir haben alles gemacht. Wenn du was mit Werbung oder mit PR zu tun hast, konnten wir das alles anbieten. Wir hatten am Ende 55, 60 Leute. Es gab für alles irgendwen, der es konnte. Und wir haben auch alles angeboten. Hat uns aber genauso schnell auch wieder rausgekickt, wenn ein Kunde gesagt hat, ich suche eine andere Agentur. Weil wir waren auch wahnsinnig austauschbar. Wir standen eigentlich für nichts speziell, hatten aber natürlich auch nichts, was wir nicht gemacht haben. Hat aber eigentlich bedeutet auch, dass der Kunde innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen einfach ganz schnell einen Ersatz finden konnte. Wenn ihr spezialisiert seid, wenn ihr stark positioniert seid und euch abgrenzt von den anderen, wird es den Kunden auch schwerer fallen, sich jemand anderen zu suchen. Und das ist die Story, warum ich jetzt sage, ich mache jetzt Positionierung. Weil ich gemerkt habe, du kannst 4, 5 Millionen Umsatz machen. Du kannst auch 30, 40 Millionen Umsatz machen und 200 Leute in der Agentur haben. Aber du hast eigentlich richtig viel Power, wenn du dich spezialisierst. Und spezialisieren bedeutet in der Regel auch immer, dass es auf jeden Fall eine kleinere Truppe ist und keine 300-Mann-Agentur. Jetzt habe ich noch eine letzte ultimative Frage. Und dann bin ich sogar pünktlich fertig. Das Stärkste ist, also du weißt dann, was kannst du. Du weißt, löst du ein Problem, wer will es kaufen. Und du weißt in der Regel auch, was dein Alleinstellungsmerkmal ist. Dann bist du zu 90 Prozent schon mal top positioniert. Die letzte Frage, und die muss sich eigentlich jeder einmal stellen. Die nehmt ihr vielleicht heute auch mit nach Hause oder mit ins Bettchen. Was würdest du tun? Was würdest du anbieten? Wie würdest du dich verändern, wenn du wüsstest, dass das, was du tust, zu 100 Prozent Erfolg hat? Das war's. Wen das interessiert, könnt ihr mal reinhören. Optimal positioniert ist ein Podcast. Es sind jetzt, glaube ich, sechs Folgen. Da erzähle ich regelmäßig sowas zum Thema Positionierung. Wer sonst Fragen hat, ich bin die ganzen zwei Tage da. Und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.